das ist schon ausgeräumt anscheinend ach jetzt weiß ich warum der sich aktiviert hat das sind Redstone Kisten und wie sieht's so unten aus durch? äh hier sind Bücherregale und so und noch ein paar Gesellen okay da wird irgendwo noch ein Korner sein ich hab nicht immer irgendwelche Fanwaffen hier sind noch viele Spawner, ne? ich, wisst ihr was? ich will mir ein DOSCH dickes Ding und ja, der Name muss doch klingen DOSCH, das ist keine gute Idee, das weißt du auch, ne? warum? danach ist hier nix mal vom End übrig so, habt ihr den Spawner abgebaut? ja, einer gut, da hinten ist noch einer da hinten sind noch die sind überall hier so, der ist hin nehm die ganzen Anvils mit mach ruhig oh mein Gott hier ist was los oh mein Gott geh mal zur Seite ach du Scheiße ich glaube er hat ganz Spaß da unten oh Gott hast du gesehen, was da unten abgehnt? wartet, Wein hab ich nicht wir schauen mal rein ach du heilige Scheiße ich geh da nicht rein, will ich wundern wir sind damals, irgendwie 10 oder 12 Spawner ich muss erstmal regenerieren oh mein eh doch, hast du eventuell Tränke dabei? geh jetzt nur noch rück nach raus und nur die Tränke ich glaube, die können wir jetzt echt gut gebrauchen so, ein, zwei Spawner sind weg dritter so, vier vierte oh, das hier ein wenig ruhiger das ist, das ist ein Suspenser ja ähm, ich mach erstmal nochmal die Mitte auf und wir schauen mal die Spawner sind wieder hinter den Ecken hat irgendjemand ein Feuerzeug dabei? nö ich hab eben TNT gefunden ein Feuerzeug nee oder, warte mal ähm ah ah, das ist doch schön hier komm her komm wieder zurück hallo nee, leider nicht kein Feuerzeug ach, Mann ich hätte noch einen Filler dabei oh, sorry oh, sorry ausgang gut sieht ja gut aus aua einfach schnell raus ach, du heilige Scheiße ach, du aua, 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 aua die fallen mir die Pfau ach, hier ist noch ein Grab von mir ua so komm her da 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 hab ich noch irgendwelche ein Enderman weniger du Drecksau und drei neue so, jetzt sieht's ja wie ruhiger aus, oder? so, jetzt hab ich hier noch einen Grabstein von mir ähm, ihr werdet's nicht glauben, aber ich hab grad nochmal so eine Insel gefunden komm on, lass mal drauf hauen minus 350 minus 590 wer denn die ganze Zeit wie ein blöder Lux-Kapasitor hier reingefeuert was für den? die Lux-Kapasitor ich keine Ahnung ich nicht minus 350 weißt du was äh, stehst du grad safe? ich? ja nee, ich flieg gerade dahin achso ich hab's gleich geschafft äh, so die Hälfte hab ich schon ok ist ja unglaublich ist ja unglaublich das weiß ich mich frage also mit reinbauen wo der Teil noch irgendwie Keller hat ach, aber da hab ich da nicht was Gutes gefunden? doch das ist was Hübsches schon lustig, ja da können wir auf jeden Fall was damit anfangen ne, nen Keller hat er leider nicht vor allen Dingen endlich mal eine Herausforderung auf jeden Fall oder so ein Keller, wo man alles reinschmeißen kann und der wird nie voll alter, was für ne Aufnahme oh, schon cool so macht für 100 Spaß Baker, bleib mal stehen Haufen wird frisch ah ne frühe Erfahrung ich stehe sicher ah ok, Moment BP all too crazy so natürlich lebt das Auge schon das ist schon immer da, aber das heißt anders ja, das gibt's also wenn ich's richtig weiß gibt es hier mehrere solche Gegner aber ich kann man wow uah leekart der enderei achso, versucht es bitte nicht über dem äh über dem nichts zu töten ich seh nichts da fallen die ganzen Schätze uah alter ja super also Klaus, kommt an der Tod, das ist ja gut, ne bitte? kommt an der Tod, das ist ja gut ich seh's ja nicht mehr das ist gut so ja reden wir nicht schon, aber wieso, keine Rolle wo ist denn das Teil, so ist das Teil bis hab's gleich also, jetzt geh ich da nicht runter nein nee, das gibt's doch nicht, oder? da ich bin aber auch fast tot man, man, man hau, komm, drauf hier mit der Pfanne ich muss heute, glaub ich, bis zum bitteren Ende glühen oh oh schrei nicht zu schrei nicht zu ich glaub ich muss mal kurz eine kleine Pause einlegen sei ruhig so 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 und was kam jetzt aus dem Teil raus? ähm ich habe wieder gemfragmente aufgehoben und endpowder und laut NEI kann man aus dem endpowder mit den ähm gemfragmenten einen transference gemfragmenten 9264 machen ok was auch immer das einmachen dann oder nur mit dem endpowder smooth white stone iron blöcken und igneos rock einen dekompositioning table was die auch immer machen mögen ne dann schauen wir doch mal einen stockpark tiefer ja ich seh's schon oh ich geh diesmal nicht runter ich kann jetzt mal den warte mal warte mal da eins spawner weniger wow wow nicht schlecht no ledge fragment end 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 einfach mal raus und mit dass er wollt und was ihr könnt und dann ist gut und dann ist gut no ledge rockman kann man aber nicht lesen ich habe aber eben so eine adventure of diary gelesen wasser ein wasser eimer ist so super das brauchen wir hier im end ja achtung ich mach mal hier die leiter weg und mach dann den wasser eimer runter geht immer noch nicht ok end perk freeze ähm kann jemand mir mal helfen hier sind noch ein paar endermans die sind ein bisschen ablauf nicht erledigt ok danke weil ich würde nämlich jetzt mal nach hause gehen und mal unsere äh 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 Ender offset anwerfen unser was oh ach einsparner weniger machen wenn ich so total freue ich habe eine bessere idee 1 vorne weniger weißt schon was und was ich jetzt auch mal machen wo ist ohne weniger wo haben wir denn die ender wochen man eh ich hab die enderpausch gefunden da noch einer da ist noch einer ich mach nur kurz den letzten spawner weg so spawner sind weg warte portion of slowness danke fürs gespräch die brauche ich ganz dringend portion of regeneration ist da noch eine drin ich habe nicht jeder ich bin mal runter gegangen was kann man denn wegwerfen ich hab so viel mist dabei komm gleich wieder zurück und dann kannst du mir den ganzen mist geben kannst du das wasser wieder weg machen äh auch weg ja ja nur die Ruhe nun gut ich geh mal runter auf die Fresse und ich hab mir jetzt mal ein paar Tränke entlust so 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 gut 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 enderperlenfarm sorry baker kein Problem da ist eine Truhe mit bottle of enchanting double speed enderpearl und endpowder oder warte weiterspiet oh danke und mal für dich und da wie geht's gut gut ich geb aus gut und er geht auf mich oder was da gehst du noch eine jawoll und da wird auch weg dann ist aber glaube ich bloß noch draußen wieder mal die ganze Horde oder? ja 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 also ich bin jetzt da ihr könnt mir alle Sachen geben wo bist du? also ich bin ganz ohne irgendwann wieder werde gerade zurück teleportiert wow baker, baker, baker kein Thema kriegen wir baker warst du mal stärker? oh du passt schon ja alles gut ja alles gut ich hab die Pfanne der Erkenntnis für die dabei left the game on crazy haben wir verloren na schon wieder oh tanzi na gut dann würde ich aber sagen an der Stelle könnten wir doch klappen mal nach fast einer Stunde die 100 zur Folge aufhören das war so leider ohne Wurzel der ist heute leider abkömmlich aber gut muss man dann doch mal irgendwie die Folge in 100 Euro kriegen ähm ja und ohne Trivolo ja leider was auch na gut aber gut aber gut wir können eben nicht anders irgendwann müssen wir die Folge 100 und doch mal fertig machen ich kann ja nicht bis 999.99.99 machen ne das geht nicht da würde ich mir langsam verarscht vorkommen wir sind nämlich der YouTuber ja ich dachte schon mal bei irgendeinem anderen YouTuber ja wollt grad sagen ja muss ja nicht sein ne also in diesem Sinne wenn euch die 100 zur Folge gefallen hat dann Daumen nach oben wenn es euch nicht gefallen hat haltet die Klappe ansonsten alles andere ab in die Kommentare bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss und ja ier